Der flieht doch vor etwas. Was geht vor? Wo wollen wir denn davon? Ist er auf der Flucht? Was tut dieser Nadel? Er wird Ärger verursachen. Er wird jemandem schaden. Der flieht doch vor etwas. Ich halte jetzt für sich, ihm alles zu sagen. Was mag er haben? Er sollte aufhören, sich wie ein Kind zu benehmen. Er wird sich verletzen. Ich bin nicht verletzt. Warum rennt er bloß hoch? Oh. Ja. 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 Wenn Sie entdeckt wurden, töten Sie einige Ihrer Verfolger, um leichter zu entkommen. Ja. Ja. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh. 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 Das war's für heute. 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 Ja. Das war's für heute. Das war's für heute.